Hi Leute und willkommen zurück zu Genshin Impact. Wir gucken uns jetzt das neue Event an. In Bechern schwingende Lieder. Um das Event freizuschalten, muss man erstmal 40 plus Minuten sich die Story geben und dann in ein paar Tagen wird immer die Story weitergeführt. Wenn ihr es nicht macht, könnt ihr das Event nicht spielen. Während der Aktion im Event sammelt man Festlichkeit und die Festlichkeit tauscht man dann später um in einmal ein Speer Upgrade Materialien bzw. Verfeindungsmaterialien für den Speer, ein bisschen Geld, Talentbücher und Waffen Upgrade Materialien und dafür, dass man sich die Story gibt, bekommt man halt auch ein bisschen Urgestein und so weiter. Und da ich mir das jetzt 40 Minuten gegeben habe, wird es auch Zeit, dass wir ein paar Sachen aus dem Event dann auch spielen. Hier gibt es auch nochmal einen kleinen Auftrag dazu. Jeweils immer fangen wir mit dem an. Geheimerschatten des Waldes Okay Das Ganze ist vor Quelling später. Zuerst startet das bei Catherine im Mondstadt geht dann zum Orden von Favonius und dann irgendwann sind wir hier bei Quelling Eigentlich müsste man hier an der Seite hochkommen So, gucken wo Das müsste reichen Ich wollte jetzt eigentlich nicht durch die ganze Stadt durchlaufen Video zu Story Kommt auch Ähm Ah ja, wie gesagt 40 Minuten dauert ewig Was wir zu schneiden, zu rendern hochzuladen Deshalb erst mal das Video dann zu den Event-Sachen Darum ist hier schon wieder eine aus Sumero Ich bin dabei Okay Bin dabei Schneeschweine Schneeschweine Herzlich Anleger Blablabla Vertreibung Okay Musst du Wildschweine aus einem bestimmten Gebiet vertreiben Dabei du nur Stand und auf ein Wissen kannst Je nachdem welcher Vertreibung Kommst du die entsprechende Punktzahl Zeitabklausel Okay Ruf Können Objekte auftauchen Okay Guten Tag Any Wildschweins hier Du kannst so Tempo-Buffs holen und so weiter Das legendäre Schneeschwein ist erschienen Tag Hallo Das ist einfach nur so ein großes Okay Komm doch Edo Komm her Sehr gut Wen noch Kannst du Guck mal her Hier Los Schneller Schneller Charge Passt Ja guck mal Das ist keine gute Punktzahl Das weiß ich auch nicht Das ist bestimmt komplett schlecht Aber Mal gucken Na Wir werden nur 2000 machen Oh Das ist niedlich Und ein bisschen gefährlich Okay Hier kriegen wir die Punkte Damit wir uns die Event-Waffe dann später holen können Ja Und das Event wird halt Dann nochmal In zwei Tagen Und dann nochmal In zweieinhalb Tagen Nochmal Zu spielen sein Halt in einer anderen Form Ein bisschen Dann haben wir Hier noch Was Und das wird auch Erst in zwei Anderthalb Zwei Tagen Dann gucken wir uns Den Event-Teil an Dafür müssen wir Wieder zurück Ja Also nö Das war es jetzt gleich schon Von dem Event Und dafür Hast du über 40 Minuten Story So Leni Was hast du Und Nee Prüfungsdetails Aha 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 Okay Wo müssen wir dafür hin Oben auf den Berg Rauf Dann gehen wir mal rum Also Bohnen wir hier in den meisten Nutzen Okay Wie sie wirksam ist Wir gehen wir auf andere Gebiete Oh ja Hier raus Dann gehen wir Fünf Endlich Okay 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 Also wir haben hier Wir bekämpfen hier Gegner Machen die fertig Nimm Windstrom Fliegen zum nächsten Gebiet Machen da wieder Gegner Fertig Und so weiter Tag Tag Hallo Erstmal Hallo Tag Es soll Verstärkung Mitnehmen habe ich gehört Das mag ich immer nicht Wenn da Schützen dabei sind Ich will alles Auf einem Fleck haben Ich habe mich Verpöbeln Kann So was schön Ich habe mich Ha! Too easy! Let's light it up! I'm going in! You're exposed! Fertig! Also, ja, jetzt hab ich jetzt ein bisschen rumgespielt. Ja! Und jetzt machen wir ernst. Machen wir die Wind... Buffs. Teamwork is dreamwork! Let's light it up! Grant us your blessing! Flee! Burn! Ha! Ha! Leck? Lula, was war das? Als ob du lebst. Yield! Okay. Ich hab nicht verstanden, wie ich die Wind-Buffs, die ich aufsammel, auslöse. Ob das von alleine ist? Zu kurz! Zu kurz! Egal! Stand das hier nochmal? Nein! Oh Gott, wie weit weg ist denn das? Als wenn sie das nicht hätten nebeneinander machen können. Leck! Tag! Lass mir jetzt mal die Buffs einsammeln. Mh-hm. Merge. Denight. So nicht. Wie gesagt, ich hab keine Ahnung, wann sich der Wind-Effekt der Animo-Effekt auslöst. Das ist einfach so. Ich hoffe, mir das zu zeigen. Danke. Ich bluten. Ich bin in derivisenträt zu sagen. Ich bin. Ich bin. Das sind einfachen. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Oh, oh. Okay, das müsste jetzt das letzte sein. Die Kampferina. Pog. Pog. So. Uff. Hallo. Lass mir in Ruhe. Jetzt wollen wir den Pferden Scheiß wegmachen. Bitte geh weiter, danke. So, jetzt könnte ich... Sag mal! Hör doch auf mit deinem AOE-Scheiß. Okay, fertig. Und das heißt, wir können hier Belohnung abholen. Jetzt schauen, ob wir jeden Schritt gibt's. Okay. Okay. Und das wird dann natürlich auch, wenn wir alle paar Tage weitergehen. Und einmal zurück. Da wir über die 200 Festigkeit jetzt drüber sind, können wir uns hier auch schon den Speer abholen. Und natürlich ist der Speer für Candice gedacht. Ich muss einfach schauen jetzt noch. Ach, das war... Das war der mit den 320 Prozent, ne? ... 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 Okay. Hört doch, sieht okay aus. Kann man machen. Ähm, ja wie ihr gesehen habt, er bekommt auch XP mal 1,5. Halt solange während des Events da ist. Das heißt, es ist... ... Man braucht weniger Material, um ihn zu leveln, wenn man denn möchte. wie gesagt die verfeinerungs materialien werden wir dann auch noch bekommen und da können wir gucken genau er bekommt ein angriffs buff und elementarkunde buff und die zahl verdoppelt sicherheit wird auf 5 5 verfeinerung stufe 5 sind das heißt das wird dann später 24 prozent sein und 96 punkte ist okay kann man glaube ich nehmen aber passt er zu kenn das dazu ich weiß es echt nicht also ich würde sagen er ist für sie aber ja der spiel hat aber auch keine lp stats okay und das war es dann das zu machen also das tatsächliche event zu machen war jetzt halb so lange wie sich die story zu dem event anzuhören ich hoffe es hat euch gefallen das hat euch jetzt ein bisschen geholfen das ist natürlich alles auf euch angepasst es ist jetzt nicht dass ihr jetzt plötzlich gegen mega starke gegner kämpfen müsst das ist ab abenteurer stufe 21 wenn ihr leichtere gegner haben wollt dann macht ihr eure welt stufe runter dann sind die gegner leichter und dann wie gesagt für die story von dem event kommt jetzt auch noch ein video dauert halt jetzt ein bisschen bis das hochgeladen ist mit über 40 minuten kann man halt nichts machen